Im heutigen Tutorial zeige ich dir, wie du deinen eigenen Springbrunnen aus Resin herstellen kannst. Und deswegen starten wir direkt mit meinem Tipp Nummer 1. Platziere die Silikonstöpsel genau in der Mitte deiner Silikonform. Denn nur so musst du nachher nicht mehr nachbohren oder überhaupt erst ein Loch bohren. Mein Tipp Nummer 2. Deine Silikonformen müssen groß genug sein, damit du diese später formen kannst und damit das Wasser nachher auch wirklich in die Form reintrifft und nicht daneben spritzt. Nimm dir Silikonform her. Ich habe jetzt zum Beispiel die Mandalaform genommen. Die große hat ungefähr 30 cm. Die anderen beiden sind etwas abgestuft und die sind groß genug, damit ich die nachher in einer Schüssel quasi formen kann, dass die auch zur Schüssel werden und später dann eben für den Brunnen geeignet sind. Ich habe mir jetzt Tarz angemischt. Also das sind jetzt gute 600 Gramm. Das war wieder ein bisschen zu viel. Perlmute Red genommen von Epodex und das Ice Blue Glitter. Gieß das Ganze jetzt eben auf. Ich habe die Form nicht ganz voll gemacht, weil ich vorhabe, ungefähr nach 18 Stunden das Ganze auszuformen. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen oder auch ohne Glitzer das Ganze gießen, denn diese Formen haben quasi Gravierungen drin und sehen auch einfarbig mega gut aus. Mein Tipp Nummer 3. Forme deine Ergebnisse nach ca. 18 Stunden Aushärtung aus, damit du das Ganze noch biegen kannst. Und genau das habe ich auch getan. Ihr seht, ich lasse den Stöpsel in der Mitte noch drinnen, denn das ist ganz, ganz wichtig. Mein Tipp Nummer 4 für euch. Formt eure Form in der Schale inklusive dem Silikonstöpsel, denn so verzieht sich euer Loch nicht, welches ihr später braucht, um die Brunnenteile zu befestigen. Mein Tipp Nummer 5. Die Schalen zum Formen müssen groß genug sein, damit sich die Platten gut formen lassen und ihr eine schöne gerade Schale erhaltet. Also ihr seht, die hier ist definitiv zu klein und ich habe das leider ein bisschen spät gemerkt. Ich habe dann beschlossen, ich nehme das Ganze wieder raus. Immer noch vorsichtig, dass der Silikonpöpsel drin bleibt und ihr seht, es ist noch so weich, das Ganze legt sich jetzt noch glatt hin und ich habe dann direkt eine größere Schüssel hergenommen. Ich hatte mir die schon hergerichtet. Forme die jetzt hier mit rein. Sollte euch natürlich so eine wellige Schale besser gefallen, dann könnt ihr das natürlich auch ausprobieren. Ich habe das bewusst nicht gemacht, weil das Wasser soll ja quasi an den Zacken, also an diesen Einschnitten von der Blume quasi nach draußen laufen, also an den oberen. Ihr wisst, was ich meine. Die untere, da ist ja die Pumpe drin und pumpt das Wasser nachher nach oben. Aber ich zeige euch das nachher alles noch. Wenn ihr jetzt die ganzen Platten, also bei mir jetzt hier diese Mandala-Form, schön in die Schalen reingedrückt habt und reingelegt habt, dann kommt schon mein nächster Tipp für euch. Mein Tipp Nummer 6 für euch. Die Schalen müssen so komplett chemisch aushärten. Bei meinem Harz sind es ungefähr 7 Tage. Ihr könnt die aber auch schon so nach 3-4 Tagen rausnehmen, aber dann wirklich noch so lange liegen lassen. Denn das Harz reagiert tatsächlich bis zur vollständigen Aushärtung immer noch auf Wasser. Also deswegen, bevor ihr alles zusammenbaut und mit Wasser befüllt, muss es komplett chemisch ausgehärtet sein. Die Infos dazu findet ihr immer im Datenblatt zu eurem Epoxidharz von eurem Hersteller. Nach einer Woche habe ich nun meine Formen rausgeholt. Und ihr seht, die lassen sich jetzt ganz einfach rauslösen. Der Stöpsel in der Mitte ist immer noch drin. Ihr könnt es auch ohne probieren, aber ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge, dass durch das Reindrücken, dass sich das runde Loch ein bisschen oval verschiebt. Und deswegen habe ich die einfach drinnen gelassen. So, da ging es ein bisschen schwieriger. Ihr seht, ich habe die Schüssel ein bisschen gedrückt und so und habe die dann einfach quasi gestürzt auf den Kopf. Und dann kam das Ganze auch schon raus. Also da muss man manchmal, ja so, zack, nochmal. Und da war sie. Jetzt habe ich den Silikonpöpsel direkt rausgedrückt. Das hat natürlich ganz prima funktioniert, bei den anderen auch. Und mir ist da ein bisschen Harz drüber gelaufen. Das heißt, ich hatte da so eine kleine Kante. Das ist gar nicht schlimm. Da nehmt ihr euch einfach ein Entgrater-Tool her, so wie das, und fahrt da einmal kurz rum oder ein paar Mal, so wie ich auch. Einmal hätte auch genügt, aber naja. Man ist dann so in so einem Flow drin. Ich habe das von beiden Seiten gemacht. Und ihr seht, das Loch ist richtig rund. Der Vorteil bei dieser Form ist natürlich, dass ihr durch die Gravierung den genauen Mittelpunkt habt. Das ist mega, weil so braucht ihr nichts vorher ausmessen, sondern ihr setzt das einfach in die Mitte rein und ihr seht, das funktioniert einwandfrei. So, und jetzt geht es endlich ans Zusammenbauen. Ich habe dann das Unterteil da mal drangelegt, so, das zusammengesteckt, genau. Da brauchen wir ein bisschen Kraft dazu, aber an sich passen die ganz gut. Und ihr müsst dann die Teile quasi mit der Schale verbinden. Also die Löcher sind ein bisschen größer, das ist auch in Ordnung so. Ich zeige euch das gleich, wie ich es gemacht habe. Ich baue jetzt aber erstmal noch quasi die Brunnenetagere zusammen. Und ihr seht, das ist ganz, ganz easy. Einmal verkehrt rum, so easy geht es. Und hier noch das letzte Teil oben drauf. Und dann kommt noch diese Verteilerblüte drauf. Und schon habt ihr im Prinzip euren Brunnen fertig. So, aber da ja die Verbindungsstücke, die müssen jetzt noch quasi versiegelt werden. Und hier noch mein Tipp Nummer 7 für euch. Dichtet die Übergänge von Schale zu Schale mit UV-Harz oder mit Silikon ab, damit euch das Wasser nicht zwischendrin durchrennt. Ich habe mich jetzt hier für UV-Harz entschieden. Da habe ich das von Pixie Crafting. Das ist einfach auch sehr UV-stabil, weil ich wollte, dass es auch optisch schön ausschaut. Ich habe das Ganze gut ausgehärtet. Und dann war meine Etagere auch schon fertig. Und der Test konnte beginnen. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Und hier noch ein paar Videos, falls ihr mich supporten wollt, einfach ein Abo da lassen. Bis nächste Woche, meine Lieben.